Nein, du isst jetzt kein Papier. Nein, pfui. Böses Connor. AHHHHH! AHHHHH! Hey, hallo Freunde. Willkommen zu einer neuen Episode Who's your daddy? Mit dem Connor. Hey, hallo Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Who is your daddy? Und ja, dann joinen wir direkt rein. Ja. Sehnsichtig. Ich warte sehnsichtig. Mach mal einen neuen Server, weil der funktioniert irgendwie. Wie hast du Kevin bitte geschrieben? AHHHHH! Anfangsbuchstabe groß und der Rest klein. Ja. Hab ich auch schon versucht. Hey, hallo. Hey, hallo? What the fuck? Okay, ich mach mal. Mach wieder wie immer, hallo. Ja, aber diesmal ist das hallo klein geschrieben. Und ich spiele jetzt diesmal mit dem Xbox-Controller, weil ich wissen will, wie es sich mit dem gespielt. Ja, ich nicht. Ja, ich hab ihn versucht und bin abgekackt. Ja. Auf Deutsch gesagt. Und warum sag ich auf Deutsch gesagt? Das wie willst du... Och nö, nicht das Ding. Weg mit dem komischen Ding hier, Klammer. Grab, meine ich. Was macht der jetzt? Nein, nein. Nein, nein. Gib das Ding sofort wieder her. Gib das her. Das ist meins. Gib das her. Muhahaha. Tschüss. Ähm... Ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab dich wieder gesund gemacht. Nein, du isst jetzt kein Papier. Nein. Pfui. Böses Connor. Ah. Was? Yay. Papier. Esst nur Papier und ich geb dir wieder eine Banane. Lol, das geht auch mit Bananen. Das geht mit jeder Frucht. Lol. Komm her, damit ich dir deine Banane geben kann. Nein. Weg dich. Nein. Nimm deine Banane. Ah. Gib die Banane her. Gib die Banane her. Alter. Yes. Okay, mit dem Nächster-Controller kann man das schon ein bisschen schlecht spielen. Ja, äh, was hat... Also das, was er unter die Kommentare geschrieben hat, war, ähm, dass man einen heilen kann, oder was? Ja. Wenn man einem Baby Früchte gibt, dann hilft das auch anstript, das mehr anstatt Pillen zu geben. Jetzt bin ich das Baby. Baby Bubu. Ja, ich bin doch so ein Baby Bubu. Er kommt denn da unten runter? Ja, ich bin doch so ein Baby. Oh, ich bin doch ein Baby. Ja, ich bin doch... Ich bin doch ein Baby. Ich bin doch... Ja. Ich bin doch... Ja. so ich weiß glaube ich was er macht ich bin Helder Baden Arter er hat das ist wenn man ein Baby umgebracht ist ein schlechter Daddy jetzt haben wir im Auslaufsatz langsamer gemacht und traurig auch alles so jetzt sind wir wieder das Baby wir haben die Macht jetzt macht er wieder Mist nein 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 so ne Mann so geht das nicht ach da muss ich dem wohl einen Apfel geben Kona komm her und nimm deine Medizin nein komm 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 ich hab Papier für dich jetzt bist du wieder geheilt böses Baby nein krankes Kind dann eben noch ne Orange nein du kriegst kein Papier für heute nein du bist so ein krankes Kind so ein krankes Kind bist du und wieder geheilt leck mich doch Alter tschüss so ich schmeiß jetzt mal das mal erstmal in die Toilette nein 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 böses Baby böses gib den Toast da her gib den Toast da her gib den verdammten Toast da her so rein in die Toilette nein natürlich ach du Scheiße dieses Spiel wird auch nie langweilig es macht irgendwie richtig Spaß Baby ich bin das Baby okay jetzt entsorgt erstmal die ersten Futtersachen bitte peinige mich nicht mit Orangen und ich habe genug gegessen die Lehre leo spricht und er sagt immer die Scheiße du bist scheiße es nervt langsam die ich mag mein Müll ich mag mein Müll ich mag mein Müll ich mag mein Müll mal kacke den hab ich vergessen T T ha 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 t nja 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 ruta pf nein hh ich bin ein Räuber-Baby ja da friss äh friss ich bin ein Räuber-Baby Und jetzt auf das Radio. Nein, ich habe aus Versehen den Ofen gelockt. Okay, runter mit den Tellern. Teller, ihr müsst runtergehen. Revolution der Teller. Revolution der Teller. Ja, okay, ich stecke dich erst mal auf den Grill, ne? Warte. Ja, Papi, ich will gegrillt werden. Na? Hä? Ich dachte, ich könnte dich einschließen. Hoch, komm, hoch, komm. Alter. Ähm... Was da? Okay. Das ist mir eigentlich eine Orange oder einen Apfel oder eine Banane geben können. Dann wäre ich geheilt, ne? Ich weiß. War aber zu spät. Böses Baby. Böses Baby. Nein. Nein. Spiel nicht mit dem Ding rum. Das ist zu schlecht für dich. Gib das her. So, ab in den Wäschekorb. Rein in den Wäschekorb. Hä? Rein in den Wäschekorb. Geh rein. Nein, du kommst nicht. Du kommst da nicht hin. Geh da noch da rein. Geh da noch ein bisschen wegschmissen. Jetzt hat sie sich wieder da unten verschanzt. Oh, was haben wir denn hier? Zange, zange. Hä? Wo ist der? Ach, da bist du, du böses Baby. Böses kleines Frettchen bist du. Du hast mich einfach nicht bemerkt. Alter, ich verstehe mal nicht. Böses kleines Baby. Böses kleines Baby bist du. Lass mich in die Ruhe. Lass mich in die Ruhe. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schmeiß dich in die Spielkiste. Äh, ja. Was? Mist, es hat nicht geklappt. Das kannst du vergessen. Und das kannst du auch vergessen. Und das hier auch. So. Ah! So, tschüss. Hat der sich in die Küche verschanzt? So. Nam 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 nam. Weißt du, wo ich bin? Im Ballzimmer. Falsch. Ich fange nicht drauf. Ich weiß, dass du da drin bist. Hä? Ich weiß, wie man da hochkommt. Was ist das, kleine Frettchen? Du siehst es einfach nicht. Du bist ja nicht blind. Ist das in der Spielzeugkiste? Wie blind du einfach bist. Natürlich. Du Mistvieh. Apfel, 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 apfel. Ah, Apfel. Nimm deinen Apfel, Apfel. Ja, ne, ne. Nimm deinen Apfel. Nein. Oh, genau. Bei einem HP vielleicht. Hach. Hä? Ja, genau. Kommt trotz denn ab. Nein, 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 nein. Baby. Bist du, kleines Mistvieh. Baby. So bitte, Hans, du, als du dein Baby. Alter, die Äpfel und alles helfen gar nichts. Wartet mal, ich bin kurz auf K. Sorry. Jetzt bin ich. Während der weg ist, kann ich mir mal einen kleinen Spaß erlauben. Und mich sofort in die Küche schleichen. Ich schaffe es, bevor ich wieder da... Mist! Hab ich gerade jeden selbst getasert. Mist. Ich will mich weiter bewegen können. Ich muss schon in die Küche. Schnell, bevor er wiederkommt. Ich bin ein Rebellenkind. Ein Rebellenkind. Ich hab dich eben gehört, ne? Ach, nur dass du's weißt. Nein, sie bann ja. Ich hausse dich, Daddy. Nein. Keine Mann, keinen Apfel. ich bin kein Apfel ja das ist die Städte das ist mein Zeichen der Wut der D ich mach alle Stühle kaputt kann die kaputt machen nö nein kann man nicht aber ich tue nur so was die jetzt kaputt machen wirst du was n bei der Liga heißt es war ganz fein in den Ventilator er wurde nicht beraten braten wir nicht ich bin nicht schon dort kommen ich dachte ich hab's doch mit Äpfeln und alles wie du gesagt hast dass das ist manchmal nicht nicht wie sie an die nebenbei ich gerade auf und wir sind die jahre zu helfen nur wenn ich nur ein bisschen lebens verloren habe er wie lange nehmen wir überhaupt gerade auf 16 Minuten nr eine Runde geht noch die Jungen jetzt macht das Baby wieder Quatsch n vielleicht sind wir in der nächsten Folge überreden kann ich käme irgendwie überreden das ist auch der von zwei auf weil das Neue erhält man geht sich ganz aus Weihnachten aber wo ist das dumme Kind na ok dann entsorge ich jetzt erstmal die drei Sachen hier nr ok nr 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 holen Lohmann hat sich selbst abschließend dieser Strompistole um 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 was ist das denn echt jetzt ja ich war die ganze Zeit da ab ich habe mich mit Bällen vergiftet wie lange nehmen wir drauf jetzt er hat aber mit 20 Minuten oder ja ich habe heute ja und schau mal freunde wir sehen uns im nächsten Video genau bis zum nächsten Video